Und willkommen zurück zum Crafting-Extrem-Spiel. Zu Minecraft, ne? Ah ja, genau. Ähnlich ist es mal der richtige Name. Oh man. So, wo hab ich denn... Dauercraft heißt das einfach nur. Genau, Dauercraft. Herzlich willkommen zurück zu Dauercraft. Okay, hier müssen die Cells rein. Gleich hab ich einen Pedal. Kannst du da Rubber machen? Ja, vielleicht. Rubber Wood. Die Maschine vom letzten Party vergessen wir erst mal wieder. Welche Maschine? Ja, du hast ja gesagt, diese super extreme Supermaschine. Den Extractor oder was? Achso, du baust den? Du meinst den Industrial Electrolyzer? Ja. Den baue ich gerade. Ah, cool. Ich hoffe nur jetzt gleich, weil so ein paar Sachen wusste ich jetzt noch, was ich hatte. Aber ich hoffe nicht, dass jetzt gleich dann doch noch irgendwas fehlt. So, das wäre jetzt voll ab. Obwohl, hast du nicht die Bleeding Machine oder Plating Machine? Plating Bending Machine. Weiß ich, ich glaub, die, nee, die wollte ich bauen, aber ich hab noch einen Kompressor hier rumfliegen, wenn du den brauchst. Aber wenn ich mal kurz gucke, jetzt bin ich doch mal geil geworden auf das neue Ding hier. Hier, ich hab mal vier Kompressoren reingeschmissen. Ne, warte, das muss ich bei dir machen. Ich glaub, hier platzen die wieder. Okay. Ach, Leute, ich muss auch noch einen Magnetizer bauen. Aber ist auch nicht so schlimm. Magnetizer. Er ist der Magnetizer. Ja, schon noch ein bisschen blöd, ne, dass der Heiko jetzt so ein bisschen, so ein paar Sachen im Inventar hat. Ja, ach, wir machen das schon. Abmahnung. Wie mach ich denn einen Eisenzaun? Wie war das denn nochmal? Mit Eisenbarren? Sechs mal zwei. Ne, dann krieg ich Iron Bars. Dann guck ich dann nochmal, wie ich den mache. Ach, das wollte ich doch gar nicht. Sechs mal zwei. Sechs mal zwei ist vier. Ach so, aber aus Refined Iron und dann oben aber die sechs. Die unteren drei bleiben frei. Weißt du? Ja. Nicht so wie ein normaler Fenster, den du unten machst, so, ne? Ach so. Weißt du, was ich meine? Ja. So. Ich finde diese Maschinen nicht. Oder sind eventuell die Dinger noch hier drin? Das kann ich jetzt auch nicht sagen. So, Machine Blocks. Erstmal nochmal Machine Blocks bauen. Kann man immer gebrauchen in dem Spiel. Also die Rolling Machine, ah ja, hast du gesagt, die ist im ME-System. Plate Banning Machine sind auch im ME-System? Ja, die hat der Heiko bestimmt alle da reingetan. Advanced Circuit. Ach, was mache ich denn? Ach, nee, den Scheiß brauche ich jetzt nicht. Ich baue mir jetzt dieses Ladepad ein kleiner. Hast du Gummi schon fertig? Nee, lol, ich habe noch nicht mal die Maschine fertig, die das machen kann. Okay. Hast du Gummi schon fertig? Nee. Ich habe noch nicht mal die Maschine fertig, die das machen kann. Ah, okay. Ich habe gedacht, du fragst nochmal. Das bin ich enttäuscht. Nee, nee. Fünfmal reicht. Im Gedanken und zweimal ausgesprochen. So. Ob ich ein Natscheiß-Ding jetzt wieder habe ich hier gelassen? Toll. Weiß ich nicht. Mal gucken, wie hoch ich den Eingang jetzt hier baue. Effektiv. So. Weil der Eingang ist ja doch ein bisschen zu pornös hier vorne. Industrial Electrolyzer. Also der braucht aber Input 128. Den können wir im Lager dran kloppen. Oder? Das ist ja Tüchse, oder? 128? Nee, ja, geht noch mehr, aber. Ich will jetzt nicht Ja sagen. Nachher guck doch mal eben, was der, die Maschine hat, die da steht. Ja, mach ich auch. Weil nachher sage ich jetzt Ja und dann macht der wieder Bäm. Und dann bin ich jetzt ja gewesen. Das wäre sehr ärgerlich, weil da ist ein Extractor drin. Ein Magnetizer. Aber gut, wir hatten zumindest alles dafür, ne? Das ist immer noch mal schlimmer, wenn man dann zum Beispiel im Megaprojekt merkt, so. Oh, das fehlt mir noch. Und dann so. Oh. Ja, ein Induction-Furnace. Wo kann ich denn gucken, was der an Input hat? Das sehe ich doch nirgendwo. Steht da nicht drauf, wenn du den anklickst? Nee. Wenn du im Baumenü guckst? Nee, aber ich hänge den jetzt da dran. Ach, hat überlebt. Ah, ganz gut. So. Oh, okay. Ah. Ah. Ich weiß aber jetzt noch nicht, wie der funktioniert, der Industrial Electrolyzer. Warte mal, aber den brauchte ich doch, um irgendwas herz... Ach genau, den brauchte ich, um die Zellen herzustellen für den Mega-Extractor. So haben wir das. Ah, sehr gut. Genau. Ich muss nämlich Water Cells zu Electrolyzed Cells machen. Ah, ja, okay. Das war auch eigentlich logisch. Die Cells kann ich ja so auffüllen am Wasser einfach, ne? Ja, ich glaube schon. Hast du hier irgendwo ein unendliches Wasserloch? Nee, du? Doch, hast du wohl. Hab ich? Cool. Ja, hab ich doch. Ja, das wollte ich doch sagen, ey. Ja, ich auch. Hui. Jungle Wood Planks. Ja, I need Jungle Wood Planks. So, das muss reichen. 13 Water Cells. Mein Gott, jetzt begebe ich mich aber auch auf absolutes Neuland. Hier hab ich noch nie gemacht. So, packe ich die jetzt hin? Hier so? Wart, Sex? Ah, ja. Jetzt geht's. Es geht, Peter. Hui. Muss ich mir gleich mal angucken. Kommen da auch Rubbers raus? Ja, jetzt dann nicht. Weil ich muss ja jetzt erstmal die Maschine bauen, die den Rubber macht. Ich glaube, da habe ich ja sogar noch Zeit, ein großes Paket zu bauen. Ja, hast du auch. So, wie viel brauche ich jetzt dafür? Dafür brauche ich einen Extractor. Einen Advanced Machine Block, Peter. Äh, bau mal bitte drei. Wir haben keine Carbon Plates. Die brauchen wir. Carbon Plate, Raw Mesh, Coal Dust. Obwohl, kannst du mir mal einen Gefallen tun gerade? Fällt mir gerade mal ein. Warte hin. Ich meine, der Heiko ist ja momentan zwar da, also der ist zu Hause, aber nicht fähig, um richtig dabei zu sein. Okay. Kannst du den mal fragen, ob der mal eben on kommen kann und die Maschinen reinstellen kann? Weil dann können wir den anderen Scheiß zumindest machen. Okay. Ach ja, ich habe aber wohl noch Steine, WTF. Ach nee, mein Stab ist weg. Ach du Scheiße. Das ist jetzt aber blöd. Ja, ich habe ihr mal geschrieben. Ob er drauf reagiert, weiß ich nicht. Ja, okay. Kann ja sein. Eben. Vielleicht haben wir ja Glück. Jetzt sagt er, ne, die sind doch unten im Lager. So ein riesiger Lagerraum. Genau, ganz, ganz fertig, so super stylisch eingerichtet. Genau, voll die geilen Maschinen. So. Ja, das wollte ich auch gerade sagen. Ich baue jetzt nämlich den Extractor. Extractor. Ach, Machine Block. Hey. Wo haben wir denn Mace Raid? Mace Raid haben wir nämlich auch nicht stehen. Den brauche ich nämlich auch, weißt du? Ja, eben. Das ist aber... Das ist aber Scheiße. Heyo. Heyo. Warte, ich brauche noch ein bisschen... Ah, hier, aber die Plate Bending Machine habe ich hier stehen, Peter, ne? Ja, weiß ich. Wenn du eine brauchst. Jetzt habe ich Blending eingegeben, weil du Plate Blending gesagt hast. Plate Blending. Blending. Stairs brauche ich. Da sind sie doch. Äh, so. Ja, dann baue ich da mal einen Mace Raider, wa? Und Marble. Marble. Klar haben wir ja Glück und der Heiko ist da. Boah, der Mace Raider ist hier aber heftig teuer, ne? Ja, durchaus. Weil der Mace Raider liegt nämlich auch nicht im System drin, ne? Achso, nee, da habe ich gerade schon geguckt. Den hat der Heiko, glaube ich, in der Hand. In der Hand hat der den so... Ähm, Mace Raider hier, da Rotary Mace Raider immer. So, hier muss da nur noch ein geiles Tor rein, dann ist das, glaube ich, cool. So, dazu brauche ich erstmal Diamanten. Äh, was brauche ich noch? Flint. Wovon wir eigentlich genug... 5300 Flint, ey. Oh, sollen wir die Maschine wieder anwerfen? Ja, ne? Neu aufbauen und anwerfen. Weißt du, gerade in den Truhen ist auch noch all der mögliche Stuff. Krass. Äh, was machen wir denn hier? Da, Mace Raider. All der mögliche Stuff. Stuff, 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 Stuff. Ach, wo müssen die denn hin? Hier muss das hin? Oder was? Da so? Ja. Sturdy Casing. Machine Frame. Aluminium Machine Hull. Mein Gott. Ruckzuck. Aber ich mache mal diese Ghost Blocks hier, One-Way-Glasses manchmal weg, weil irgendwie... Ach gut, ein Sturdy Casing haben wir noch. Sind die zwar sexy, aber irgendwie auch nicht gut. Boah, der Mace Raider ist hier aber echt teuer in dem Border, echt kompliziert, ey. Der ist bei Feed the Beast Light so schön easygoing, ne? Ja. So, ich brauche noch die Carbon Plates, dafür muss ich jetzt erstmal den Mace Raider anschließen, den ich habe, um Kohle zu mace raiden. Ja, ich merke schon, dann kann ich ja gleich wirklich das andere in den Angriff nehmen, das große Pet. Ja, ich bin dabei, also... Ach nee, warte mal, das war der Extractor, ich wollte auch den Mace Raider hier hinstellen. Mace Raider, komm mal her, Mace Raider. Weil für das große Pet brauche ich auch kein Gummi mehr. One-Way-Glasses. Warte mal. Ähm, warte mal, ich brauche erstmal hier jetzt die Wrench. Die Brenne. Sonst mache ich nachher noch alles kaputt hier, ey. Oh, die hat aber auch nicht mehr viel drauf. Naja, egal. Passt schon, oder? Ja. So, das haben wir hier. Wie sieht er denn hier aus mit Licht? Oh. Hä, mache ich mit der Wrench einen normalen Mace Raider kaputt? Wie hast du ihn denn abgebaut? Ja, mit der Wrench, mit Rechtsklick. Ne, sollte dann einfach nur drauf. Weil der ist jetzt kaputt gegangen. Ja, toll. Boah, jetzt möchte ich den nochmal bauen, ey. Boah. Oh, Gott. Das ist aber ganz schön am Ehrer, ich so. Ja, heftig. Vor allem, weil da auch noch so ein Sturdy Casing drin war. Hui. Da ist es. Sturdy Casing. Ah, genau, ich brauche den Zauberstab. Aber ich würde sagen, diesen wunderschönen Zauberstab. Ja. Auch wenn die Folge jetzt nicht genau 13 Minuten ist, aber tut uns leid, wir sind bald im Urlaub. Und deswegen sage ich mal an dieser Stelle, bis zum nächsten Part, tschö. Tschüss.